Ja, eine Frage, die vor allem von Beratern, von Beratern der Pauschal-Lotierten-Unterstützungskasse immer wieder gefragt wird, ist, was ist eigentlich die ideale Branche, was sind die idealen Unternehmen, unabhängig von der Größenordnung, für die Pauschal-Lotierte-Unterstützungskasse? Auch die Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten, aber tendenziell sind es natürlich Unternehmen, die mit Mitarbeiterbindung, die mit Fachkräftegewinnung, die mit Mitarbeitergewinnung Probleme haben, beziehungsweise die sich im Markt bewegen, der mitarbeitermäßig sehr stark umkämpft ist oder regional sehr stark umkämpft ist. Und natürlich genauso Unternehmen, die dann darauf angewiesen sind, diese Mitarbeiter möglichst zu halten, möglichst vier, fünf, sechs oder sieben Jahre zu halten oder länger, statt üblicherweise nach zwei, drei Jahren schon zu verlieren. Vor kurzem haben wir Unternehmen gehabt, das hat wirklich eine Fluktuation gehabt von, in der Regel von drei Jahren. Hier hat man natürlich auch zur Einführung der Pauschal-Lotierten-Unterstützungskasse geraten, aus der tiefsten Überzeugung heraus, dass die Mitarbeiter, zumindest ein Teil oder vielleicht sogar ein Großteil davon, statt zwei, drei Jahre, vielleicht sogar fünf oder sechs Jahre bleiben. Was natürlich, wenn man mal die Kostenfaktoren anschaut, Mitarbeitergewinnung, Mitarbeitereinarbeitung, wieder ein Riesenvorteil wäre. Das ist das Thema Mitarbeitergewinnung. Was oft verkannt wird und oft als Hauptargument, ist das Thema Fluktuation. Für mich ist Fluktuation nicht mehr als ein kleines Trostpflaster. Es ist natürlich so, wenn der Mitarbeiter tatsächlich nach zwei, drei oder vier Jahren fluktuiert und ich habe eine arbeitgeberfinanzierte Komponente drauf, die arbeitgeberfinanzierte Komponente verfällt vollständig. Wenn es junge Mitarbeiter sind, ich habe in der Regel immer deutlich mehr dotiert, als er ich für die Ausfinanzierung brauche. Das heißt, ich habe einen Fluktuationsgewinn. Egal, wann der Mitarbeiter geht, ob er nach zwei, drei, vier Jahren geht oder erst nach sechs Jahren oder 14, 15, 17 Jahren geht, ich habe in der Regel immer einen Fluktuationsgewinn. Das aber nicht mehr als ein kleines Trostpflaster, das vielleicht das Gehen versüßt. Wichtig ist, dass die Mitarbeiter gehalten und gebunden werden. Das ist mit eins der Hauptziele, das ist mit eins der Ziele, die in letzter Zeit am häufigsten im Rahmen der Einführung als Grundüberlegung, als strategischer Gedanke von Unternehmer genannt werden, warum er sich dazu entschließt. An zweiter Stelle folgt dann das ebenfalls sehr wichtige strategische Moment, Bankenunabhängigkeit, Liquiditätsreserve, zunehmende Bankenunabhängigkeit und finanzielle Freiheit. Bankenunabhängigkeit.